hallo und meine lieben ja es geht los einmal hier die harley und so ein bisschen aus dem augenwinkel seht ihr es da ist der bus mit moped anhänger die ganzen kleinen teile sind schon drin jetzt heißt es einmal die harley drauf auf den hänger verzorren und dann geht es ab zur werkstatt dann hoffe ich dass sie sehr schnell fertig ist dass wir tüv drauf bekommen und ich das ding endlich kennzeichnet dran ballern kann und wir lustigen können da steht das park kisten kisten da sind auch noch zwei drin ja mann wie ihr gesehen habt ich habe relativ wenig gefilmt bei der ganzen harley aktion liegt daran dass es ganz nachher ein bisschen zeitdruck fahren mit hänger wieder weg bringen und so weiter und so fort in jedem fall ist so dass ich erst mal zum alten standort gebracht habe der werkstatt die mir dann mitgeteilt haben wo sie das ganze gesehen haben dass es im alten standort nicht mehr schaffen weil sie umziehen mit der werkstatt das heißt die haben die dann in den neuen standort rüber gebracht dort wird sie jetzt hoffentlich ab nächsten monat fertig gemacht ich muss da noch mal hin die andere auspuffanlage hinbringen die paar kleine teile die halt doch liegen geblieben sind als ich sie weg gefahren habe und ja hoffe dann dass das ganze relativ zeitnah soweit ist dass wir sie ankicken können und ich euch hier die ersten sequenzen mit laufendem motor bei dem bike servieren kann was für mich selber natürlich auch sehr ja sag ich mal emotional wird wenn dieser motor die ersten töne von sich gibt ja so ein bisschen habe ich ja schon mal angeteasert dass das eine geschichte ist die mein vater vor fast 30 jahren gestartet hat mit diesem projekt und ja es geht jetzt schritten schrittweise immer näher daran dass sie das erste mal angekickt werden kann dass die elektronik eingerichtet werden kann dass das ganze ding tüff fertig gemacht wird ja ich werde jetzt mit der werkstatt das so abklären dass ich hoffe dass es so klappt dass sie bis januar fertig sind ende januar anfang februar dass ich die biol auf den hänger packen kann zur werkstatt bringe dann die harley wieder hierhin bringe und nach möglichkeit dann noch mal wieder hinfahre die biol wieder abhole weil folgendes problem aufgetaucht ist bei dem karre ich wollte die zum tüff bringen wir haben jetzt november wo ich das video veröffentliche die ganze aktion mit der harley ist im oktober gelaufen anfang oktober ja und als jan zum tüff fahren wollte habe ich festgestellt dass der bremslichtschalter vorne nicht mehr funktioniert also klar der radatschplanung umgeschmissen beide motorräder werden also ungefähr zeitgleich nachher zum tüff gehen dürfen was ich eigentlich nicht wollte weil ich so ein bisschen gestreckt haben wollte über das jahr auf jeden fall ja wird dann der bremslichtschalter getauscht ölwechsel gemacht inspektion gemacht und dann werde ich sie zu dem zu der anderen werkstatt bringen dass die die reifen aufziehen und den tüff machen und dann hoffe ich dass ich nächstes jahr im märz beide fahrzeuge mit regulärer zulassung mit frischem tüff da stehen habe und sie auch bewegen kann und darf wenn das nicht klappt werde ich trotzdem für die harley mal fünf tageskennzeichen holen einfach für testfahrten probefahrten tüff vorführung und auf jeden fall das ding definitiv bewegen weil es juckt in den fingern das teil zu fahren genauso wie bjool ist natürlich schade dass jetzt genau in dem jahr wo ja ich diesen kanal hier gestartet habe das ganze leider daraufhin lief dass die bjool nicht wirklich bewegt werden konnte aber ja ich habe noch viele andere baustellen hat die drumherum sind es sind nicht nur meine fahrzeuge es ist das thema haus ist das thema wohnung ist das thema immobilien suche ist es job ich habe viel viel zu viele baustellen im moment und dementsprechend sind leider diese ganzen geschichten motorrad dieses jahr sehr auf der strecke geblieben ich hoffe dass es nächstes jahr anders aussieht für den t3 wird ja ein umbau gemacht dass man den als camper nutzen kann da bin ich moment noch ein bisschen skeptisch ob ich einen ausbau rein mache den ich hat wieder auch ohne weiteres großen aufwand entfernen kann und den somit als camper nutzen kann oder ob ich einfach ein dach zelt oben drauf haue vorteil beim camper ausbau oder dach zelt wäre ich könnte wenn wir in urlaub fahren nächstes jahr hänger hinten dran hängen motorrad rein kann das mitnehmen in den urlaub wenn ich einen wohnwagen hinten dran hänge ist wieder so eine geschichte wohin mit dem motorrad das funktioniert dann nämlich nicht mehr weil weder die bjool noch die harley in den bus reinpassen dementsprechend ja muss mir da irgendwas einfallen lassen weil ich schon eigentlich gerne wenn ich wenn wir in urlaub fahren zumindest eines der motorräder mitnehmen möchte damit wir dann halt vor ort ein wenig touren fahren können und ja mal gucken wie sich das ganze entwickelt ihr werdet sehen was thema t3 umbau richtung camping was da kommen wird ich bin im moment dabei meine werkstattausrüstung weiter zusammen zu suchen zu packen werkzeuge ist einiges dazugekommen es ist einiges an pflege equipment für die fahrzeuge dazugekommen und ja ich bin halt immer noch auf der suche nach einer immobilie ich habe jetzt eine gefunden die interessant klingt aber halt leider eigentlich ein bisschen over budget ist mal gucken was man da vielleicht in der verhandlung noch geklärt kriegt wird sich zeigen in jedem fall ja hoffe ich dass dann irgendwann mal hier so in zwei jahren vielleicht so richtung das traumgarage gebaut irgendwas in der richtung kommen kann weil ich schon gerne alle fahrzeuge von mir an einer stelle unter dort und ihr wisst was ich meine ja das war es jetzt zum thema mal wieder auf dem kanal zum thema harley bjool und genau der buddi hat neue reifen bekommen die hängerkupplung ist montiert sonst hätte ich ja nicht mit dem hänger fahren kann und ja die der umbau zum multivan in den werde ich nicht machen die einrichtung ist bei ebay kleinanzeigen eingestellt in leverkusen wenn ihr t3 multivan innenausstattung eingeht müsstet ihr die eigentlich schon relativ schnell finden weil ich halt einfach für mich gesagt habe ich lasse das auto so wie es ist der bleibt original oder so und dass ich in jederzeit in den originalzustand zurückrüsten kann dieses fahrzeug ist 33 jahre alt nicht einmal durch den tüv gefallen sämtliche tüv berichte sämtlicher kilometer ist dokumentiert und das möchte ich mir bei diesem fahrzeug einfach nicht kaputt machen ähnlich ist es bei der bjool da ist auch vom ersten kilometer an alles dokumentiert sämtliche tüv berichte vorhanden etc und ja bei der harley sie ist ein bisschen anders weil das halt ein projekt ist was ja wenn ihr den kanal verfolgt wisst ihr wie das ganze auf angefangen hat jetzt bedanke ich mich erstmal bei euch für eure aufmerksamkeit wenn euch das thema harley davidson buell vw t3 interessiert lasst gerne ein abo da und in dem sinne wünsche ich euch einen schönen tag am tag abend hier auch wenn ihr das video seht bis zum nächsten euer mike äh